Unser Abenteuer geht jetzt weiter mit Risen 3 Titan raus. Und wir haben dieses geile Schwert letztes Mal erklaut. Und wir haben auch gleich, schauen wir mal was wir gelernt haben. Die Attacken sind noch immer gleich, aber wir sind heute jetzt geiler. Ja, eigentlich schon. Ja. Naja, viel anders ist hier jetzt nicht. Hardwix, Wächter, da kann man mit einem Affe rein. Oder wir könnten lieber der National Cell einfach klingeln. Wächter, ja schleichen müssen wir mal lernen. Ich glaube, da hinten links ist die Taverne, kann das sein? Dann ist das einzige, wo keiner... Ich könnte auch da unten liegen. Da haben wir eine drin sind. So, ich will mal probieren. Und dass irgendwie im Interesse... Oh, sieben Dinger. Cool. Easy, cheesy. Easy, cheesy. Wir haben jetzt schon so viel... Jahre schon. Magisches Kristall, damit auch viel mehr. Ja, das ist die Taverne. Das hier, mein Freund, das hier ist der beste Platz in dieser steckende Insel. Hast du was gegen die Insel? Nein, 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 nein. Hier riecht es nur etwas streng, mehr nicht. Es ist schließlich mein Zuhause. Ach so, na, na. Sorry, wollte ich nicht klaren. Also eigentlich schon, aber... Ja. Was denkst du über diesen Ort? Ambitioniert würde ich sagen. Sehr ambitioniert, was die werten Herren Magier vorhaben. Nun, die Teilerfolge geben ihnen recht, das muss man ja sagen. Bin sehr gespannt, wie das Projekt weitergeht. Wow. Wow. Oh, schön. Das ist dein Schinkenproviant. Hier Junge, brate dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Ihm gibst du etwas zu essen, oder was? Du bist eh schon dick genug, Horace. Also, womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen? Du versorgst also die Leute hier. Korrekt. Ja. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Bitte, der kann nicht andrücken, er ist ein Pirat. Ja. Na, egal. Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar. Und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die scheren sich nicht wie die Herren Magier drum, ob die Wurst im Dreck lag. Hauptsache sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Rumold uns zukommen lässt, aushalten. Okay. Zuerst das funktioniert auch. Ja, das war einfach, weil wir hatten 50. Einstein. Was ist das? Keine Ahnung, schau mal noch. Wie funktioniert Armdrücken? Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstützen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch. Okay. Gegen wen kann ich beim Armdrücken antreten? Ich drücke immer kurz nach Feierabend. Ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ansonsten lassen sich Hartweg und Downs hier ab und an blicken. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und er wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Ja. Mut antrinken lernen. Schmerzfüter ist es wundervoll. Es ist ein Stück von der Brüse und du spürst gar nicht zu mir. Zumindest fällt es da eine sehr lange Zeit. Doch ich bin wirklich so auf dem Schmerztrücker. Achso. Nö, eigentlich. Was hast du anzubringen? Such dir was aus. So. Können wir nicht gegen ihn drücken fahren? Stetisch. Oh. Da kann man dann wahrscheinlich nicht andrücken. Was werden? Fick auch mal. Agiler. Ich hab das oft noch. Wurden wir das in die Schrift. Prost wieder. Geil. Geil. Hey. Ich bin Agiler. Aha. Wenn du was besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Ah, das gibt's auch wieder. Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Und beim Arm drücken und Messer werfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magier. Ja, die Belohnungen sind gut. Aber auch beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Ich kippe mir meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Die Glamini-Spiele finde ich geil, dass sie wieder einbaut haben. Wie ist das mit dem Messer werfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Wie läuft das mit dem Arm drücken? Sprich mit Roderich. Es war seine Idee, das einzuführen. Er kann dir die Regeln erklären. Aber sei vorsichtig, wenn du gegen ihn drückst. Er hat keinen Arm, sondern ein Ofenrohr. Handelst du auch mit Informationen? Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Ja sicher. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ach so tun wir mal ein bisschen. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold. Ich hoffe sie sind. Nein egal. Schauen wir mal was wir in so rausnehmen können. Was hast du davon, wenn ich mir die Kristalle hole? Naja, außer die paar Goldmünzen, die ich für zusätzliche Informationen bekomme. Nicht viel. Es ist mir ein persönliches Ding. Hab bei ihnen mal was mitgehen lassen und wurde erwischt. Der Anschiss sitzt mir heute noch in den Knochen. Deine kleine Diebestruhe wäre für mich eine Art Genugtuung. Von welchen Magiern sprichst du genau? Nun, man erzählt sich, dass der Alchemist Nergal seine Wertsachen in einer nahegelegenen Truhe ablegt. Außerdem lässt Lumbrocks sein Zimmer von einer Wache rund um die Uhr beaufsichtigen. Da hätte er sich auch gleich auf die Stirn schreiben können, dass es bei ihm was zu holen gibt. Der letzte im Bunde ist Meister Farruko. Aber dessen Truhe zu knacken ist nicht ganz ohne. Okay, schau mal. Wie komme ich an die Truhen der Magier ran? Nun, bei Nergal wirst du kein Problem haben. Der ist so schusselig, der schließt das Ding sicher nicht einmal ab. Lumbrocks Truhe erfordert ein wenig Überredungskunst. Die Zimmerwache ist verflucht hartnäckig. Aber wenn du es schaffst, dass Lumbrock dir einen Auftrag erteilt, um in sein Zimmer zu gelangen. Glückwunsch. Und Farruko? Hm. Lass mich mal überlegen. Ich hab mal gehört, dass er einen Schlüssel besitzt. Quetsch ihn einfach mal aus. Ich sehe mir die Sache mit den Kristallen mal an. Ja, wird mal Zeitschein eine Inventur bei denen. Ich schätze deren Unterlagen werden wohl bald einen Fehlbestand ausweiten. Ich mag ihn, er stiehlt viel. Ich will dir nichts dagegen haben. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Schleichen lernen! Bring mir bei, wie ich gut schleichen kann. Kopf tief halten, hinter Sachen verstecken und auf keinen Ast treten. Achte immer darauf, wo du hinläufst. Aber schwieriger ist es nicht gesehen zu werden. Also bist du am besten nachts unterwegs, wenn alle schlafen. Allerdings ist nachts auch weniger Lärm und man hört dich leichter. Ja, egal. Pistolen lernen, Dolche lernen. Du hattest schon immer eine große Vorliebe für scharfe Dinge. Dein Deutsch-Talent steigert sich immer. Okay, Panzerknacker können wir auch noch und blitz. Ich bin jetzt fertig für 50, meistens steigern. Ich bin fertig für 50. Wir haben aber, wir haben 50. Aber wir haben aber nicht immer noch so wie Gold. Ja, steuern sie. Kannst aufhören zu schleichen, ich sehe dich, Freundchen. Du siehst mich gar nichts, ich kann aufhören zu schleichen. Du bist wirklich selten dämlich, direkt vor meiner Nase. Ja, du stehst sie auf die ganze Zeit. Ich sitze hier nur und schaue mir dieses Bild an. Okay? So, mach mal Ego-Shooter. Ja, auf den. So, ich würde mal eine Chance fahren. So, jetzt gehen wir plündern, 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 plündern. Das ist ja unerhört. Entschuldigung, ich habe hier nur herumgeschlichen, ist nicht deine Schuld. Warte, was? Na ja, schauen wir mal, das hier so. Hier kommen wir hier raus. Ah, ich wollte ja nicht noch mit ihm um die Wette trinken. Gessen. Oh. Wie viel Geld haben wir? Oh, nicht viel Geld. So gut es nicht sein kann. Ah, 770 fucking Geld. Aber 9790 rum, also ich schätze mal, Magie wird gesteigert, Nahkampf wird gesteigert, Fingerfertigkeit. Wird gesteigert. List. Mann. Einfluss. 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 55. Fingerfertigkeit. 55. Magie. 30, 30, 30. Und Nahkampf wird 30. Okay, Stichwaffen nochmal. Okay, das wird gesteigert. Yeah, und jetzt. Lass uns um die Wette trinken. Hm, so wie du aus der Wäsche guckst, verträgst du einen ordentlichen Schluck. Aber warum eigentlich nicht? Habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Prost. Ja. Greife nach den Flaschen, leere es uns von entgegen. Die Länge und die Doppelhaus nehmen, dass wir immer wirst. Okay, klar. Alles klar, los geht's. Verdammt. Scheiße. So, verdammt. So einfach. Aber. Hast wohl großen Durst gehabt, was? Alle Achtung. Die Rechnung geht auf mich und obendrauf ein bisschen Gold für dich. Feiere deinen Sieg. Ich bezahle die Buddeln bei Roderich. Mehr kann ich leider nicht umdrehen. Der Typ ist mit. Dankeschön. Wir könnten gerade Zeit um die Wette trinken und immer was gewinnen, gell. Weißt, wir können jetzt einen kleinen Cut machen, um uns einfach so mal so kurz ein bisschen. Das man auch vielleicht bei folgen kann. Bei Wettschießen konnte man immer so 1000 Gold machen. Mal schauen. Vielleicht kann man das bei... Wir probieren uns mal alle kleine Spiele aus, gell. Ja. Haben wir mit denen schon geredet. Patrik. Mann, das ist Rechter. Das ist Magnus. Ähm. Ach, Tyron. Was der Helle, Wette. Da geht's. Oh, da seh ich ja auch was. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber... Tyron. Halt. Gott. Nerviges Arschloch. Entschuldigung, aber ich muss da runter. Ah, 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 ah. Ah, Semenya. Was der Helle, Wette. Bin ich hier gelandet? Glaub, hier kommen wir nicht mehr. Hier ist viel Kristall übrigens. Ja, was, was ist das? sind wir hier dann geht es weiter ich hätte nicht glaubt dass wir das überleben aber geil ich schwöre wir sind einfach so mal wahrscheinlich in die mine geflogen da waren noch ein schwer tonnen nehmen ja aber das machen wir später machen wir das später aber das ist wie witzig saugeil danke dass man das sagen kann ich würde mal wieder bis zur nacht ich würde mal oder abendrücken ja abendrücken oder schießt oder so irgendwas mit dem typen geht sein problem ja du bist mein problem nein wieso sollte es ein problem geben weil jeder der mich voll quatscht mit einem sack voller problem ankommt und ich löse probleme wer die magie bändigen kann kennt keine feinde mehr hier scheint ihr deiner sache ziemlich sicher zu sein und noch von ganz viel noch an was die magier hier auf der rame schaffen ganz egal ob die götter die welt verlassen haben wir brauchen sie nicht mehr je mehr kristalle unsere minen abwerfen umso größer wird unsere macht genau ich habe mal die wie viele kristalle hast du in deinem besitz ich ach das ist nicht der rede wert eine handvoll und das war's auch schon woanders wird das zeug eben dringender gebraucht dann macht es dir ja sicher nichts aus ein paar davon abzugeben eigentlich nicht hier kannst du mir etwas über die kristalle und die Minen erzählen ich weiß nicht warum die kristalle so mächtig sind aber ich weiß dass sie unseren feinden ein ordentliches loch in den pelz brennen genau darum ist die förderung von diesen dingern auch so verdammt wichtig was machst du noch außer große reden schwingen bist beeindruckt was nun ich warte auf den nächsten einsatzbefehl von magnus solange er mir noch keinen neuen erteilt hat bereite ich mich vor denn nur wer gut vorbereitet ist wird es hier im lager zu etwas bringen und das werde ich okay was hältst du von einer runde messer werfen einiges aber ich messe mich nicht mit jedem ans wurst sobald du die nötigen goldmützen mitbringst lasse ich mich auf ein kleines messer-duell ein aber merkt ihr gleich wenn ich nicht an der scheibe trainiere habe ich keine zeit für solche spielchen das heißt nicht strom steht das ist eine hohe gestellung das ist gut irgendwas riecht hier komisch ich glaube du bist ja mein unwissender freund das bin dann wohl ich aber bevor du auf falsche gedanken kommst der geruch kommt vom schießpulver flinten sind mein leben flinten klicken flinten mal einer der mir beipflichtet die meisten der jungs hier verlassen sich nur noch auf ihren kristallhandschuh ich sage immer was ist besser als ein magier ein magier mit flinten für dich wie stehst du zu den magiern offiziell sind sie natürlich die mit dem großen plan huiuiui bauen da so ein ding das angeblich die menschheit vor den titanen retten wird aber mir ist nur wichtig dass ich bezahlt werde wer das macht und wofür ich meinen arsch hin halte ist mir egal dann welche aufgabe hast du unter den wächtern ich bin für die wartung und instandsetzung der schuss waffen zuständig haben zwar nicht wirklich viele aber ich bin der einzige der was davon versteht darum muss ich auch nicht in den minen nackern oder wie dieser betranken das waschweib spielen praktisch ist auch wenn man muss nur einmal das tlg drücken dann streicht man ab sofort an der ganzen zeit was stimmt nicht mit betranken ach das ist einfach ein versager wie fast jeder neue dachte wohl dass wenn er ein paar funken zaubern kann er der dickste hecht im lager wird aber so läuft's nicht im leben wer nix kann du scheinst ja richtig was drauf zu haben klar doch gibt mir eine verrostete flinte und eine handvoll metall und das ding rumst wieder gut sein kann jeder ich will der beste sein pass auf wenn du was über schusswaffen lernen willst bist du bei mir gold richtig ich kann die dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen da schlackerst du mit den ohren irgendwelche ratschläge die du mir mit auf den weg geben kannst nur einen bleibt immer im training nimm mich zum beispiel jeden morgen trainiere ich am wurfstand meine zielsicherheit die meisten hier halten das für zeitverschwendung aber ich sage dir das zahlt sich aus genau ich bin schwer das ist bring mir was über schusswaffen bei gut was wirst du wissen büchsen zeig mir deine wahren wir haben sogar eine bessere speichern und letzt zeigt mir wie gut du mit dem messer bist aber macht ihr keine allzu großen Hoffnungen dass du gewinnst ich treffe eine fliege auf 100 meter mit dem teil ja ja lass uns endlich anfangen los geht's ist sicher nicht schwer wann fangst du in die mittel treffer oder erzielen mehr punkte ok das heißt wir müssen dass du treffn das ist nur sechs Sekunden erzielen halten dich ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht er schießt nur das dass sie isst immer irgendwo bleiben. Ja, also ich verstehe das nicht ganz, okay? Okay. Nur weil er ist relativ gut. Ja, wir fangen das Hose noch mal. Ich würde sagen wir fangen das Hose noch mal neu. So kann ich jetzt eh nicht. So, das soll ja fast passen. Wenn man dann genau damit ist, dann kriegt man das ist gar nicht mal so leicht. Eigentlich ist es schon einfach, aber man muss es halt mal wissen wie es funktioniert. Das ist auch ungewohnt halt. So, okay. Das war jetzt wenig, aber ganz knapp, ganz knapp. Ich will einmal wenigstens das treffen. Soviel dazu. Verloren. Verloren und dann kommt der Strick. So. Ich tue immer nur schnell speichern. Soll ich mal probieren? Ne, ich mach schon. Wo kommst du? Ne, ne, ne. So. Zeig mir. Ja. Los geht's! Da kann er sicher nicht mit aus 100 Metern entfernen eine Fliege tröpfen. Weißt du es? Ich weiß, so gut ist er dann doch nicht. So. Ah, der könnte... Was war das 2? Schade. Nicht brechend. Wer dreht das eigentlich? Es dreht sich von alleine, weil zauber. Stimmt's, Magie. Auch wenn es nur ein Holzbrot ist, es hat sicher was mit Magie zu tun. 1, 2, 1. Oh. Ich flipp gleich aus. Ja, sehr. Jetzt ist es schon einfach, jetzt weiß ich wie es geht. Ja, genau. Stell dir hin. Ja, so durch geht. Wird so geil, wenn er getroffen worden wäre. Okay. Oh. Oh, aber es hat nur für 2 gezählt. Schade. War genau zwischen 1, 2 und 6. Und da hab ich 3. Oh, es wird spannend. Ja. Ah, das könnte was sein, ja. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. He. So, jetzt müssen wir nur noch einen Wurf so versauen, so von 1 oder so. Komm schon. Irgendwas soll er da wischen. Ha. Ja. Passt. 13, 13. Du hast deine 5 mehr. So, jetzt wird mir wieder das wichtigste 6. Ja. Ich gewonnen trotzdem. 15, 13. Sowieso. Ach, du hast doch nur Glück gehabt. Ja, ja. Sag mir lieber was du für die Leistung springen lässt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir um irgendwas gewettet haben. Aber ich bin mal nicht so. Hier, hab eh genug davon. Ja. Okay. Ist ganz okay. So. Nicht rumstehen. Ja. Ja, der tut nur Gewicht eben. Okay, dann ja. Gehen wir nochmal da raus? Nee. Okay. Es muss einen anderen Weg gehen. Er muss nicht sterben. Exzellente Stimme. Das Stimme ist gar nicht alt. Nicht blöd. Geschick. Seht mir gut zu.